Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2005 Wir möchten als nächsten Blacklist Gegner einen Koreaner besiegen Oh, ich muss da glaube ich nach links Und dafür müssen wir jetzt noch ein paar Meilensteine erreichen Ja, und ich glaube diesen hier hätte ich hier schnell durchfahren müssen Das habe ich leider nicht so ganz gut hinbekommen Dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter wegfahren Und uns noch ein bisschen Anlauf holen Ich würde mal sagen, es sollte reichen wenn ich von hier so losfahre, oder? So, los geht's Ja, danach haben wir nur noch einen anderen Meilensteine Also noch zwei andere Meilensteine zu absolvieren So, mal gucken Ne, reicht schon wieder nicht Oh man Och nö, nicht Polizei Nein Verdammt Ich wollte den Ramm Na okay, wenn wir schon dabei sind, dann können wir eigentlich auch versuchen Die Polizei Meilensteine irgendwie Zuholen Nein, ich halte nicht den Wagen an Okay, was gibt's denn hier zur Erlegung? Zwei Polizeiwagen muss ich glaube ich außer Gefecht schalten Kann das sein Komm, stirb Ja, einer ist schon mal tot Mal gucken, zählt das jetzt? Zeig's mir an Nein, null Aha Okay Wir müssen 20.000 Sachschamen, glaube ich, erhalten Oder erreichen Dann fahren wir hier einfach so durch Verdächtiger ist gerade in das Gefängnis gecrashed Letztes Mal Achso, ja stimmt, das ist wirklich das Gefängnis Letztes Mal hat sie gesagt Dass sie hier Ich ins Krankenhaus gefahren wäre Da ist ja lustig, dass er da lachen muss Okay Drei von vier Ich weiß nicht genau, was diese Symbole da leider bedeuten Ich weiß leider nicht genau, was diese Symbole da Achso Hä? Ne Vor allem weiß ich nicht, was das zweite Mal ein Stein bedeutet Alter Yes, Verstöße habe ich erreicht Das letzte Es ist nicht vorbei Ja, ich würde jetzt gerne mal einen von euch hier nochmal schön crashen Und dann Noch ein bisschen Sachschaden hier erreichen Sehr schön haben wir auch geschafft Jetzt nur noch dieser zweite Erfolg Aber ich weiß echt nicht, was der bedeutet Ich weiß nicht, was der bedeutet 0 von 2 Okay, dann sollten wir jetzt mal versuchen zu entkommen Dafür Fahren wir mal zu so einem Verfolgungsstopper hin Oh, hier wäre einer gewesen Das ist okay Na egal, dann fahren wir mal hier weiter da Hier müsste noch einer sein Wo ist der? Oh, nein, nein, nein Ja, ja Wo ist er denn? Da Oh, können wir das ganze Haus einstößen lassen? Oh, nee, schade Ich dachte Wir stürzen das ganze Haus ein Okay Einsatzwagen verloren Wiederhole, Einsatzwagen verloren Oh, jetzt haben wir eins von zwei Also Muss ich die doch irgendwie komplett ausschalten oder was? Hm Was auf der Flucht? Okay, das ist sehr gut Auf dem Ocean Hills Drive Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors Übermittlung der Zielpositionen über das GPS Aktuelle Infos folgen Okay, vorsichtig Nein, wo ist denn hier einer? Wo denn? Hä? Lol, wo denn, Alter? Ich sehe es nicht Oh Die kommen Die hauchen einfach irgendwie auf Und dann Weiß man nicht, woher Ey, jetzt kommt da schon wieder einer her Das gibt's nicht Komm, schnell weg, 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 weg Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Ich will noch den Verfolgungsstabler hier Zack Alle Einheiten der Code 3 Verfolgung Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen In südlicher Richtung Auf dem Ocean Hills Drive Höh Okay, jetzt ist sie weg Ist sie jetzt wirklich Wir sind mitten in einem 1043 vor unserem Zielsektor Melden uns später Komm schon, entkommen Zentrale, ihr siehst nach einem möglichen 1050 aus Wir verlagern unseren Sektor nach Süden Vielleicht ist er uns vorbeigekommen Okay, die Flucht steigt ganz lang Ich hab wirklich Angst, irgendwo hinzufahren Weil es kann sein, dass die Straßensperre, die mir eben auf der Karte angezeigt wurde, immer noch da ist Diese weiß ich jetzt nicht Oh nein Oh, fuck Penner Ne, ist nicht mehr da Okay Geh weg Okay Ich hätte es fast geschafft Wieso wir wohl diese Tankstelle hier explodieren lassen Nur wegen dir, du Hey Wieso ist sie nicht explodiert? Moment, was soll das denn? Ist die kaputt oder was? Alle an der Verfolgung beteiligten Einsatzkräfte Verdächtiges Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Süden Auf dem Ocean Hills Drive Die Vertaktenverdächtigen sind schon nicht lange abgebrochen Hahaha Der hat die selber aktiviert Ja, nice So, jetzt fangen wir schnell mal hier Oh Gott, hier ist schon wieder einer Shit, 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 shit Was war hier rein? Ja, versteckt Ah, so Jetzt sollten wir es haben Sehr schön Kopfgeld 22.000 40.000 Verschlüsse 4 Nochmal 30.000 oben drauf Und Sachschaden 20.000 Nochmal 30.000 Kopfgeld oben drauf Alter, 100.000 Nice Nachricht von Mia Hey, ich bin's Angeblich interessiert sich dieser Bulle Cross für dich Er fährt eine C6 Corvette, also halt die Augen offen Seine Street Racer Staffel sucht nach dir Lass dich von denen nicht erwischen Die sind immer zu dritt unterwegs und versuchen einen einzukreisen Du kannst mir glauben Mich haben die auch so gekriegt Ich sag dir Bescheid, wenn ich was Neues erfahre Okidoki, danke Mia Ähm Okay, dann machen wir weiter Wir haben jetzt drei Äh, wir haben zwei Und eine, ein Meilenstein fehlt noch Dann machen wir mal Ja Diesen Meilenstein, den wir hier ursprünglich machen wollten Ne, das ist der gar nicht Doch Doch, doch, das ist der Och ne, nicht schon wieder Polizei Ey, das geht's nicht Okay Wenn ich hier in der Nähe von der Vom, äh, Gefängnis bin Das ist ja eigentlich auch nur logisch, ne Ja Achso, ne, das hat er jetzt wegen dem, äh, Meilenstein ausgeschlagen Okay 194 kmh Nachricht von Rock Okay Big Blue will ein Rennen Erwartet auf dich Habe ich's jetzt etwa schon geschafft, oder was? Das geht's ja gar nicht so schnell Gucken wir mal Tatsächlich kann ich schon herausfordern Ja, okay, okay Dann, äh, machen wir das mal, ne Also Kaufgeld habe ich ja auch schon genug Wie viel habe ich? Wie viel brauche ich? Es wird mir jetzt nicht mehr angezeigt Schade Oh, nein, das wollte ich jetzt nicht Oh, Sunny, achso Ja, dann fordern wir ihn mal raus Haben noch genug Zeit in diesem Part Rundkurs Zweimal Rundkurs Ähm, Cycle, Rose Äh, Circle, Rose Und Switchback Alles klar Dann ziehen wir uns mal die Zwischensequenz rein Nice Musik Oh Hat zwei Kollegen dabei Die alle genau gleich aussehen Alles klar Ja, anscheinend sieht jede Person, die in einem Wagen sitzt Genauso aus Das ist natürlich Naja Nicht ganz so cool, aber Darauf achtet man ja auch zum Glück nicht zu sehr Ja, also Das ist nicht so ganz wichtig Und ich sehe gerade auch, dass das Denkrad sich gar nicht bewegt, wenn ich lenke Hm Naja Man kann ja nicht alles erwarten So, Big Lou Was hat er eigentlich für einen Wagen? Achso, in Mitsubishi, genau Ich erinnere mich Dann hoffen wir einfach mal, dass mein Wagen auch noch gut genug ist, um ihn irgendwie zu besiegen Bis jetzt Naja War ja gerade ziemlich lange nach vorne, aber jetzt habe ich ihn überholt, dank der Abkürzung, die ich hier mal wieder genommen habe Sollte, müsste ich eigentlich nur versuchen, ihn hinter mir zu halten Zwei Runden schon wieder Nun gut So, dann nehmen wir gleich hier die nächste Abkürzung Oh, die sind dann hinter die sogar auch Das ist jetzt ein bisschen doof, aber okay Es ist, wie es ist, so Jetzt werde ich mich überholen Rechts Nein Ich habe nicht damit gerechnet, dass er über das Grün fährt Na komm Na komm, na komm Komm, ich dräng dich ab, Mann Ich dräng dich ab Ja Sehr schön Wieder Platz 1 Okay Vielleicht ist meine Höchstgeschwindigkeit immer noch ein bisschen besser als die seines Wagens Es mutet zumindest an Ich hoffe wirklich, diesmal kriegen wir auch seinen Wagen am Ende Wenn wir ihn besiegt haben Okay Ja, ist leider auch manchmal nicht ganz so einfach, ihn zu blocken Denn Ja Er ist da schon sehr agil und Kann da schnell mal Eine holen, wenn man es nicht erwartet Okay, aber Ich denke mal, das ist auf jeden Fall locker machbar Also mindestens das jetzt wieder überholen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ah Jetzt musste ich hier die Abkürzung nehmen Hoffentlich ist jetzt nicht irgendwie das Beste für ihn Ne, bis jetzt nicht Bin noch vorne Vorsicht Vorsicht Oh Gott, oh Gott Jetzt kommt der hier wieder ran Oh Mann Ja, jetzt überholt der Außen Nein Ich muss wirklich auffassen, dass er mich jetzt hier noch nicht am Ende irgendwie kurz Überholt So, jetzt vielleicht Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ja, ja, ja Ich habe ihn geblockt, sehr schön Aber noch Hat er die Chance Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend hier Okay Sieht aber wirklich sehr gut aus Da vorne ist nämlich auch schon das Ziel Jetzt muss ich nur noch Hier einmal easy um die Kurve fahren Und dann haben wir es auch schon Sehr schön Erstes Rennen gewonnen Sieger 3767 At 192 kmh So, jetzt folgt nur noch der Rundkurs Switchback Gucken wir uns gleich mal die zweite Zwischensequenz an Okay Interessant Los geht's Wenn ich Nitro verwende Ist mein Wagen fast In der Beschleunung genauso schnell Also noch ein bisschen schneller Aber In etwa so schnell wie seiner Okay, ja Die Bäume halten ihn da ein bisschen auf Jetzt habe ich vergessen die Abkürzung zu nehmen Aber er hat sie zum Glück auch nicht genommen Na dann Kann man hier vielleicht geradeaus durchfahren Oh, schade Ey, das wäre cool gewesen Wenn er hier außenrum fahren würde Und man Ich selber könnte hier In der Mitte durchfahren Das wäre auf jeden Fall sehr geil gewesen Aber Das verbietet einem leider das Spiel Schade Oh, nein Ne, 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 ne Das ist jetzt sehr doof Aber drei Runden Na, okay Da haben wir vielleicht genug Zeit Um ihn aufzuholen Hoffe ich mal Ja, ein so ein Fehler Und der Wagen Leidet ihr komplett aus der Bahn Das ist denn unser Gegner Mann, hau ab, Alter Och, wie sie Straßenautos Einen einfach komplett aufhalten müssen Erstmal hier lang Vielleicht bringt es ja was Hm Nicht wirklich Ja, jetzt ist er ja schon So über alle Berge Irgendwie so gefühlt Hm Ach, da hätte ich eine Abkürzung nehmen können Ich bin immer noch in Runde 1 Das ist ja echt extrem lang Und das Rennen für drei Runden Das wird ja länger als sechs Minuten dauern Mann Wenn jetzt selbst die erste Runde Oh Ich habe ihn eingeholt Oh So, nein Nice Ich kann mal abschätzen Wie lange das Rennen insgesamt dauern wird Ach, du je Die Folge ja Naja Mann, was ist denn die erste Runde hier zu Ende Hallo Das ist ja ein extrem langes Event Da Alter 2,30 Das heißt, das Event geht Siebeneinhalb Minuten oder was Länger sogar Boah Das ist auf jeden Fall ein langes Event Also Das zweite hier Na ja, okay Dann ist es halt so Okay Okay Hoppala Nein, jetzt hat er mich wieder geholt Oh Das ist doof Na ja, hoffentlich kriege ich ihn bald wieder Aber wenn wir so viel Zeit haben, dann Sollte das ja eigentlich Möglich sein Okay, da vorne kommt die 90 Grad Kurve Ja, die habe ich ganz gut bekommen, würde ich mal sagen Na, aber viel Geschwindigkeit verloren Aber Bin ja ein bisschen geblockt Setzen wir uns mal ganz gut Oh nein Nein, 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 nein Rennen Hä, Rennergebnis? Was habe ich denn das jetzt gemacht? Was? Ben, neu starten Wieso? Habe ich es jetzt abgebrochen oder was? Hä? Wie habe ich das gerade gemacht? Ach mit LOL Wenn man auf Beenden geht, dann geht es einfach weiter Ich bin jetzt total verwirrt Ich habe aus Versehen aufs Stollkreuz nach rechts gedrückt Ich dachte, ich habe es jetzt aus Versehen abgebrochen oder so Ne Zum Glück nicht Naja Okay Das ist leider jetzt wieder vorne Oh, jetzt sind die auch mal die Abkürzungen Danke, dass du mir sie gezeigt hast Sehr schön Haben wir ihn wieder Platz 1 Für mich Jojo Das ist ein ganz schön langes Event hier Ich weiß gar nicht, was die ganze Zeit labern soll Hm Na ja Könnt ihr mal überlegen, was ich noch so erzählen kann Oh Gott Ja Ich habe eine Hoffnung, dass mich das nicht zu sehr vom Rennen ablenkt Wir sind jetzt in der letzten Runde Fünf Minuten geht das Event jetzt schon Naja Das hat er jetzt besser gemacht natürlich Ich hoffe mal, er hat die Abkürzungen jetzt wieder nicht Sehr schön Das heißt, ich hätte man jetzt jetzt schön Die Abkürzungen verwenden Ja Hm Mir fällt nichts ein, was ich erzählen könnte Leider, leider Wahrscheinlich werde ich nach der Aufnahme hier eine Pause machen Von der Oh Gott, von dem Spiel Also von der Aufnahme dann Ach so nett, dass du hier schön abbrimmst für mich Dann bekomme ich dich auch gleich wieder Alter, das war jetzt aber nicht nötig, Mann Och komm Ey, wenn ich das jetzt verliere, das wäre richtig ehrlich Weil das so ein langes Event ist Och komm bitte Nein, du Taxi, ey Komm, wir versuchen mal hier lang zu fahren Vielleicht bringt es irgendwas Jein Wow, 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 wow Nein, oh Gott, ich dachte jetzt schon Das wäre sehr schlecht Okay, jetzt kommt gleich das Ziel Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren Ihn jetzt hier noch irgendwie zu bekommen Ja, haben wir Gott, von sich lang Nein Nein Die Abkürzung ich nicht Ach shit Komm Oh, ich bin immer schneller Ja, nice Ich bin schneller, als er durch die Abkürzung angekommen ist Na, so geht es natürlich auch, ne Jetzt muss ich nur wirklich auffassen, dass ich noch ihn hinter mir behalte Ja, nach dem Rennen ist der Part auch zu Ende Ich wusste jetzt nicht, dass es hier noch so lange dauert Das Event So Oh Gott Vorsicht Oh nein, jetzt kommt der nochmal ran, ne Jetzt kommt der nochmal ran Aber das ist gut, ich habe gewonnen Oh Zum Glück 27,18 Mensch, das war ein langes Event 185 kmh Aber 10.000 Okay, jetzt hoffe ich wirklich Dass wir Seinen Wagen bekommen Er fährt ja in Mitte Bischi leider nur, aber Naja, wenn nicht, dann kaufe ich mir, würde ich mal sagen, neun Ist immer noch so, dass es Mittlere jetzt Diesen komisch so Büpp, büpp, büpp macht Okay, nehmen wir jetzt mal Am Anfang das linke Extra Geldprämie Mhm, naja Wie wenigstens können wir uns dann vielleicht einen Wagen leisten, falls wir Den jetzt nicht gewinnen Und jetzt Das da Komm, 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 komm Kostenlos aus dem Knast Yay Nix tolles dabei Außer das Geld vielleicht Okay, nächster Gegner Blacklist 10 Okay Es handelt sich dabei um Carl Smith Der Baron Er fährt den Porsche Cayman S Cooler Wagen Seine Stärke sind die Verstöße Lebenslauf Der selbsternannte Baron ist ein stinkreicher Kerl von der Küste Er denkt, selbstgetunte Autos sind typisch für Leute ohne Geld Für ihn zählen jedenfalls Marken, sonst nichts Dann zeig ihm mal, was ein Eigenbau draufhaben kann Okay Ja, das stimmt natürlich nicht Wenn wir den Wagen noch ein bisschen aufhüllen, dann ist er natürlich besser Der Baron Mhm Blacklist Nummero 10 Das ist seine Karre Ein Porsche Deutsche Motorenkunst Sehr gut Machst du das, aber ich werde dem Ganzen ein Ende setzen, denn ich werde dich dann auch noch besiegen Oh, eine Nachricht von Razor Tja, sieht so aus, als ob du ein echter Held wirst Aber überschätz dich nicht, Kleiner Das hier ist immer noch mein Spiel Und wenn's nach mir geht Bleibt das auch so Es geht aber nicht nach der Razor So leid es mir tut Ich werde mich immer weiter hocharbeiten Und schlussendlich werde ich dich besiegen Okay Dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part als erstes mal Ja Zum Outlaw-Händler fahren, würde ich mal sagen Äh, wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? Kann ich das irgendwie sehen? Moment, wenn ich jetzt Äh, ne, müsste ich jetzt in den Unterschlupf, ne? Okay, können wir mal ganz kurz mal gucken Wie viel Geld ich jetzt eigentlich hab Ich habe 141.000 Ja, das sollte eigentlich genug sein, um mir mal einen neuen Wagen leisten zu können Dann könnte ich den alten ja auch noch verkaufen Also In der nächsten Folge werde ich mich ein bisschen um meinen neuen Wagen wahrscheinlich kümmern Voraussichtlich Wir haben jetzt auch schon 19% Karrierefortschritt Das ist ganz gut Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen Vielen Dank fürs Ansehen Bewerten nicht vergessen Also bis zur nächsten Folge Und Tschüss Bis zum nächsten Mal